Schön, dass ihr da seid. Wir sind beim letzten Mal ein bisschen über das Level-Design dieser Werft gestolpert. Und hab dann mit Hilfe, mit ein ganz kleinem bisschen Hilfe, doch noch den Hebel gefunden, der... Bei dem ich... Ich war schon dort. Ich war da oben. Und hab einfach diesen Hebel fast übersehen. Ich hatte diese ganze Gegend hier hinter mir, war komplett gecleared. Alles. Ich hab alles freigemacht von Gegnern. Hier war nix mehr los. Und hab dann, keine Ahnung, bin da oben gegen zwei, drei Gegner draufgegangen. Obwohl, ja, egal. Ihr habt's ja selber gesehen. Und bin dann hier rumgeirrt und wusste nicht, wo ich hin soll. Bisschen doof gelaufen. Tja, sowas gibt's auch. Es ist allerdings tatsächlich so... Dass, ja, gut, dieses Holzschild war schon relativ offensichtlich. Also es ist jetzt nicht so, dass das super schwer zu erkennen war. Nur ich hab's beim ersten Vorbeilaufen einfach nicht wahrgenommen. Habe's einfach nicht wahrgenommen. Aua, aua. Oh, oh. Ich werde zu gierig. Hau der da nochmal zu? Knappes Pferd wieder. Okay. Spannende. Und das so, das so, das so, dass ich mir immer wieder habe. Ah, der Trepper war ja mal sowas von unnötig gerade. Nix überstürzen jetzt. Ach, Ratte. Na bitte, geht doch. Ah, jawoll. Nice. Den Wachen, Seele. Okay. Muss ich jetzt echt wieder dahin... Ist da unten noch Loot? Nee. Muss ich jetzt echt wieder da hoch? Um mich nochmal durchkämpfen, um zurückzukommen. Oh, was ist denn hier los? Pyromantieflamme und Feuerball. Gut. Gut. Okay. Ah, ich segle los. Okay. Einfach mal lossegeln. Nice. Okay. 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 Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwo ein Leuchtfeuer übersehen. Beinahe wieder auf Pulverfässer gehauen, vielleicht. Ich war kurz am überlegen, ob ich einen Heimkehrknochen benutzen soll. Jetzt, nachdem ich diesen Weg sehe, vielleicht nicht die beste Idee. Weil eventuell ein neues Gebiet auf mich wartet. Oder auch nicht. Hier kann ich nichts aufmachen. Okay, es wirkt als wäre ich von der Lichtstimmung und allem... War das vorhin auch der entfernte Turm? Ist der bei der verlorenen Festung? Es wirkt wie der entfernte Turm. Alltägliche Frucht Flammenschmitteln, eigenständige Entzündung von Fackeln. Ah, cool. Verbrennen in Leuchtfeuer stärkt... Ah, Estusflöckung. Okay, cool. Alltägliche Wurst stärkt vorübergehend Giftresistenz. Ah ja, okay. Ah ja, Leuchtfeuer. Okay, let's go. Ja, guck mal. Genau. Verlorene Festung. Also. Ja, musst du mir das jedes Mal erzählen? Also, erst mal aufsteigen. Ich möchte Geschicklichkeit 20 haben. Yep. Damit habe ich jetzt noch 5000 Seelen. So, dann kann ich ja jetzt diese helle Bade benutzen. Die ist wesentlich schwerer. Als die andere. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall auch ein bisschen an meiner Ausrüstung rauben. Ja, so geht's. Und dann die helle Bade hoffentlich verbessern können. Weil die hat halt schon... Da geht schon mehr, denke ich. Titanitscherbe. Gehenstand kaufen. Titanitscherbe. Oh ne. Nicht so viele. Dann kaufen wir erstmal nur zwei. Ist die jetzt 262, 252, 245. Ja, die ist jetzt besser. Okay, die ist auf jeden Fall... Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Und hat eben die... Einen A-Wert auf Geschicklichkeit. Ich werde auf jeden Fall sein, wenn du es machen möchtest. Gut. So, dann schauen wir mal an, was wir im... Turm in der Festung noch entdecken können. Von dieser Seite aus. Die verlorene Festung. Ich bin mir sicher, ich komme hier jetzt zu den... Drei Ladies. Von einem anderen Winkel. Okay. Er hat mich tatsächlich mit irgendwas getroffen. Oder ist das die helle Bade, die mich hier... Die mir hier Schaden zufügt. Och nö. Er. Warte mal kurz. Ich habe hier noch mehr Hunde gehört. Das machen wir nicht. Kommst du hier hoch? Als ob... Da oben steht einer. Du kleiner Bastard. Ach komm. Ein Lebensstein. Okay. Köderschädel. Wurst. Ist hier hinten noch was? Ja, wo geht es denn hier lang? Aha. Ein Hund. Ein dreckiger Köter. Estusflakonscherbe. Große Titanitscherbe. Eigentlich sollte ich jetzt direkt... Hey, das ist auch... So ein Ding. Das habe ich jetzt erst gecheckt, dass man hier ja alles kaputt machen kann. Justiwan. Servus. Helle Bade des alten Ritters in Gefahr? Bitte was? Nee. Nee. Wieso? Ist die jetzt so schnell kaputt gegangen? Nee. Nee. Ist die kacke? Nee. Ich habe mich die jetzt umsonst hochgelevelt. Ein T-Bone. Ja. Die Waffe meinst du wahrscheinlich, ne? Nee. Jetzt ist sie wieder ganz. Hä? Ähm. Ich möchte einmal bitte hierher. Dein Mikrofon. Ach so. Ähm. Ich weiß gar nicht. Also es ist ein... Es ist ein rode Mikrofon. A-T. Nee. Kein T-Bone. Hier. Um Licht zu sehen. Aber... A-A-T. Irgendwie heißt das, glaube ich. Ist das Locker und verstärkt. Sollte ich jetzt wirklich... Natürlich sehe ich die Spont nicht wieder. Ja, die Lady hier. Na, die kill ich ja auch nicht. Keine Spoiler bitte. Kein Backseat Gaming bitte. Und so weiter, ne? Schön zurückhalten. Ich will das hier alleine schaffen. Ja, der rote Balken ist jetzt wieder voll. Jetzt muss ich mal gucken, was passiert. Und... Oh, die macht... Die macht... Die ist tatsächlich... Mh... Die geht recht zügig kaputt. Mit ein paar Schlägen. So, wo war ich lang gelaufen, wo ich dann drauf gegangen bin? Ich glaube, eigentlich dahinter, ne? Eigentlich hier hinter irgendwo. Ah, Schalter. Okay. Nein, nein, wir hauen nicht auf das Explosionsfass, das da steht. Die geht wirklich schnell kaputt. Ah, hier bin ich jetzt. Ich weiß, wo ich bin. Aber... Oh, ein Menschenbild. Nice. Das heißt für mich... Rollst du jetzt dieses Fass runter? Oder hau's drauf. Das heißt für mich... Eigentlich... Ne, wir hauen nicht auf Fässer drauf. Doch, das lässt du mal schön bleiben. Eigentlich kann ich bei dem anderen Feuerspawn. Da bin ich schneller wieder hier. Ja, das heißt für mich... Jetzt doch in die Schwestern reinlaufen. Warum auch immer der Ork jetzt so schnell da war und mich nicht in der Animation hitten konnte. Schwestern? Ne, es sind keine Schwestern. Es sind auch Kerle dabei. Aber ich bin etwas mächtiger geworden. Ihr Ruinenwächter. Ich bin mächtiger. Ich komme mächtiger zu euch zurück. Und da war schon wieder ein wilder Hit, der aus dem Nirgendwo kam. Geht schon wieder so los, wie es aufgehört hatte. Ah. Hm. Zwei. Nee, ach, ich weiß ja, dass ich nicht rechts an ihr vorbei rollen kann, weil sie mich dann immer trifft. Immer. Ja, ich habe ein bisschen was anderes gemacht zwischendurch. Wir sind aber wieder an derselben Position wie vorher. Wie vor... Fünf Stunden ungefähr. Ach, ja. Habe ich dich immer noch nicht, immer noch nicht oft genug gekillt, dass du die spawnst. Diesmal mit vier Flakons. Ihr guten Wächter. Diesmal bin ich mit vier Flakons bei euch. Immer. Es trifft jedes Mal. Man kann nicht rechts an ihr vorbei rollen. Na, das ist ein Typ. Scheiße. Wächter Ibrahim. Oder so. Ja, Briemen. Irgendwie sowas. Goldharz ist ausgerüstet. Okay. Alles klar. Ich versuche mal mit Goldharz da ein bisschen die Situation zu verbessern. Ich denke, ich werde vielleicht doch die andere Hellebarde bevorzugen. Auch wenn die mehr Schaden macht. Aber mit der anderen... Also, das macht jetzt aktuell keinen großen Unterschied an Schaden. Aber mit der anderen kann ich ein bisschen mehr Rüstung tragen. Dieser Treffer ist so lächerlich. Dass da ein Treffer durchgeht. Das ist so dumm. Ja, okay, okay. Komm mal wieder hoch. Du willst hier hinspringen? Ich weiß es. Ich habe schon wieder einen Treffer gekriegt, obwohl ich eigentlich... Oh, oh. Scheiße. Obwohl ich ausgewichen war. Was soll denn das? Ganz ehrlich. Ich kriege nichts von ihrem Hit ab und trotzdem kriege ich einen Schaden. Das... Ach, komm, ey. Das ist lächerlich. Das war aber bisher der beste Versuch, den ich jemals hatte auf die drei. Das war aber auch der beste Versuch, den ich jemals hatte auf die drei. Nein. Scheiße. Nicht gut. Man kann so oft die B-Taste hämmern, wie man will. Da kommt das Ausweichen einfach nicht durch, wenn die Attacken gerade so blöd hintereinander laufen, dass nach dem Stagger der einen die Attacke des anderen kommt. Also die Schwierigkeit des Spiels und der Levelaufbau, den finde ich gar nicht so wild. Ich bin es nur anders gewohnt vom ersten Teil, dass es etwas offensichtlicher ist, wo ich eine Glocke läuten muss oder so, wo ein Hebel ist. Ich bin hier einfach noch nicht gewohnt, deswegen habe ich den einen Hebel auch übersehen, gerade bei dem Schiff. Mir wäre es wahrscheinlich ganz anders aufge... Okay. Aufgefallen, wenn ich von Anfang an dran gewohnt gewesen wäre, okay, in Dark Souls muss ich auch auf kleinere Hebel und auf andere Sachen achten. Dann würde ich auch ganz anders an so ein Level rangehen und mich umgucken. Ich bin es einfach nur wirklich anders gewohnt vom ersten Teil. Aber was wirklich schlecht ist, sind die Hitboxen und dass Gegner sich teleportieren teilweise oder ich in Gegner teleportiert werde. Solche Dinge, das... Ich drücke zu spät das Rollen, weil ich Angst habe, dass wenn ich früher drücke, dass ich dann die I-Frames wieder nicht bekomme. Diese Waffe scheint sich aber nach jedem Tod wieder aufzuladen. Ist das normal bei allen Waffen so oder ich weiß gar nicht. Mir wäre es... Nee, die anderen sind kaputt geblieben nach dem Tod. Und diese ist wieder voll. Das Gegner oder auch die Nummer mit den Gegnern hier in dieser Keule, die Angriffsanimation, die einfach nicht predictable ist. Wo man den Moment, der ganz komisch ist, weil er hebt die Keule hoch und es sieht nicht so aus, als würde er dir hinterher schwingen. Und trotzdem bewegt er sich einfach. Also die Animation ist auch einfach schlecht. Es ist einfach auch wahnsinnig schlecht animiert. Das ist einfach wahnsinnig schlecht. Das ist einfach wahnsinnig schlecht. Hast du schon da unten? Renn doch, renn doch! Oh, oh. Scheiße. nee die können ja auch weit hüpfen jetzt hier unten das konnten sie oben ja nicht hier kriegt man kein wenn man sobald man unten ist kriegt man keinen zeitpunkt mehr zum heilen weil eine von den beiden immer den richtigen moment hat um dich zu hitten ich brauche unten eigentlich nicht mehr heilen also gut ich schluck noch mal eine menschlichkeit ich meine wir haben sieben so das wird jetzt der versuch in dem ich alles raus knallen was ich so habe ich habe mal denn was habe ich noch für verleiht waffen verstärkt resistenz verleiht waffen vorübergehend finsternis könnte funktionieren denke ich also packen wir es mal mit rein verleiht waffen finsternis keine ahnung was es bedeutet ich hoffe es macht mehr schaden es ist bestimmt nicht das schlechteste spiel das ich jemals gespielt habe aber es ist auch nicht das beste spiel das ich gespielt habe an sich ist es ein gutes spiel aber es mangelt an der ausführung ich habe nicht ich habe ich habe nicht mitgekriegt dass der ich habe nicht mitgekriegt dass er mich getroffen hat weil er keine animation hatte weil für mich war ich ausgewichen genau diese dinger genau da ich wurde getroffen hatte keine keine hit animation kein feedback null feedback dass ich getroffen wurde und das sind die dinge die das spiel schlecht machen ach ja es tut mir leid dass ich mich so beschwer über dieses darüber dass das spiel halt eben nicht so gut ist aber es fällt halt immer wieder auf in allen situationen ich versuche es mir dann schon oft wieder zu verkneifen weil ich habe es ihr seht selber noch nicht so gut noch auf wir uns waren noch nicht so gut es geht noch nicht so gut h Moment, die Finsternis Das macht mir Schaden, kann das sein? Oh 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 oh, hab ich dazu Unrecht? Ne, der Fall, das ist der Fallschaden Den ich da gekriegt hab in dem Moment Nicht die Finsternis Ne, das war Fallschaden Ein Moment des Fallschadens Und dann, danach Wieder einen gekriegt, obwohl ich ausgewichen war Ne? Glaube ich Fallschaden Den guten Hit gemacht, mit viel Damage Von oben Und dann Beim Ausweichen getroffen worden Und dann war vorbei Ich probier's mal ohne die Finsternis Ob da sich jetzt was ändert Ja Schon wieder einen Damage gekriegt Komm, hüp' hoch So bescheuert Ach Scheiße. Was ist das? Schon wieder einen Schaden gekriegt, wo ich hätte keinen kriegen dürfen. Ich habe nichts mehr. Scheiße. Ach, warum laufe ich auf ihn zu? Oh, guter Versuch. Ah, schade. Mist. Welcher Teil trifft mich da, wenn ich da vorbei rolle? Ist es der Schlag, den er von oben nach unten macht? Und wenn ich zu nah an ihm vorbei rolle, dann hittet mich irgendwie die Stange seiner helle Bade, seines Hammers noch. Dass die Stange da irgendwie eine Hitbox hat, die Schaden macht. Irgendwie sowas vielleicht. Vielleicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich von oben einen kritischen Angriff mache, dann darf ich nicht ausweichen danach Habe ich dagegen was? Ja, habe ich vorübergehend erhöhte Ausdauerregeneration. Also wir probieren es damit. Das kann weg. Und dafür packen wir das mit rein. Dass wenn ich da runterfalle, dass meine Ausdauer schneller wiederhergestellt ist. Und ich so nach meinem schweren Angriff zumindest ausweichen kann und dort an der Stelle dann keinen Schaden bekommen. Die habe ich doch schon mindestens zwölfmal gekillt, oder nicht? Seltsam. Der da, der Dicke. Dachte ich jedenfalls. Da war ich eingeklemmt zwischen ihm und Wand, aber ich wusste halt, wo hätte ich hin sollen. Andersrum rollen wäre in meinen Tod geendet, in dem ich runtergefallen wäre. Also habe ich den Tod gegen die Wand gewählt. Ach, habe ich... Da halte ich halt einen Schlag mehr aus, gell? Einen Schlag mehr. War jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, aber ich möchte die endlich schaffen. Die drei. Ich hatte schon zwei tot. So ärgerlich. Okay. Okay. Ja, das ist gut. Ach, Mann, ey. Um sie dann irgendwann Lucky zu killen, ey. Hm. Ihr merkt, ich werde langsam ruhig. Ich bin jetzt auch schon über sechs Stunden dran. Nicht runterfallen. Oh. Weiß nicht, was besser war, jetzt den Schaden kassiert zu haben oder nicht runtergefallen zu sein. Er steht schon wieder so, dass ich nix machen kann. Ja, ich konnte nicht nach links ausweichen. Oh, ich lebe noch. Ja, fuck. Ich konnte wieder nicht nach links ausweichen wegen dem Drecksbalkon. Hm. Oh, da kämpfe ich echt lieber gegen einen, der ein bisschen härter ist, wo man sich dann irgendwann das Moveset angewöhnt, als gegen drei, die so mittelmäßig sind. Wo dann die Schwierigkeit nicht daran liegt, dass man das nicht ausgeweichen bekommt, sondern dass einfach das Timing dann kacke ist. Und da hat man wenig Platz gegen diesen einen Riesenboy, der dann da seltsame Dinge tut. Hoppla. Hm. Da kommt der Ork schon hinterher. Hm. Ich hoffe, das reicht trotzdem, dass ich da vorne reinkomme. Und jetzt? Ja, und jetzt? Wo soll ich hin? Rückwärts geht nicht, weil die Reichweite von ihm bis dahin reicht. Hm. Ja, nice. Oh, shit. Komm, gib mir einen Moment. Gib mir bitte einen Moment, dass ich saufen kann. Scheiße. Er schleudert sein Schild von da hinten dann auf mich, ja. Es gibt da unten kein Fenster mehr, in dem man saufen kann. Irgend zwei. Man muss dann erst einen besiegen und dann kann man gegen den letzten, kann man dann nochmal was saufen. Das hat aber funktioniert. Jetzt habe ich natürlich, also ich konnte ausweichen da unten. Es hat gerade so gereicht. Von der Zeit. Dass ich den Schlag nicht abgekriegt habe. Äh, was zum... Okay, hey, ja. Hey, haha. Hm, so inkonsistent. Einfach random. Random treffen sie mich auf einmal dort. Hahaha. Oh Mann, ey. Wie lange hält denn dieses Weed? Kann ich das jetzt schon essen und dann... Ach, ich bin so dumm. Und da war ein Hit. Keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, woher der Hit kam. Scheiße. Jetzt fehlt mir viel, 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 viel Schaden auf alle. Auf alles, was hier jetzt gerade passiert. Fehlt mir jetzt wahnsinnig viel Schaden. Hallo, renn bitte. Er rennt nicht. Hm. Ja, war eh aussichtslos. Oh. So ärgerlich, dass ich den vorhin nicht... Dass ich da vorhin... Keine Ahnung, was hatte ich gemacht? Wahrscheinlich habe ich wieder einen Schaden bekommen, den ich nicht hätte kriegen dürfen und bin dann draufgegangen. Ach ja. Das Spiel stimmt mich traurig und macht's... Die Lust schwindet dahin. Ich habe den Ehrgeiz noch, es weiter noch zu probieren und noch, noch weiter zu probieren. Wenn es meine Fehler sind, so... Okay, alles kein Ding. Dann bin ich dumm. Dann bin ich halt einfach ein Depp. Von mir aus. Und schlecht. Und habe keinen Skill. Aber wenn es dann halt teilweise nicht mehr an mir liegt... Ja, da habe ich mich zwischen ihnen geklemmt. Das macht an mir Schaden. Das ist schon klar. Das ist okay. Ich habe wieder die Ecke gesehen, habe wieder gewusst, ich kann da nicht durchrollen und habe es wieder probiert. Ja, keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Soll ich dann in so einer Situation doch versuchen, rechts dran auszuweichen irgendwie? Hm. Aber da trifft er mich, weil er ja seltsame Hitboxen hat und sein Schild definitiv Schaden macht. Ich habe vorhin gesagt, ich probiere mal die andere Hellebade aus. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ach ja, klar. Fuck. Fuck. Es gibt halt schon wieder eine Folge, wir rennen in die drei Ruinenwächter rein. Gab zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung, aber jetzt ist es wieder so weit. Ich habe hier immer Angst, dass sie plötzlich hinter mir stehen, ne? Die Orks sind es. Jetzt habe ich halt so wenig Leben wieder, dass wenn ich hier runter droppen muss, weil dann nach... Schon wieder ein Hit. Hahaha. Spiel, ey. Und dann kriege ich hier keinen Hit. Auch so komisch. Ja. Das hätte an der Stelle eigentlich auch ein Hit sein müssen. Aber dafür an anderen Stellen keine. Ja, ich muss schon wieder eine Menschlichkeit nehmen, weil sonst habe ich nachher, wenn ich runter droppe, einfach so wenig... So wenig Leben. Hm. Tja. Okay. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, welche von diesen... Von diesen Seelen Letzter Riese Verfolger Drachenritter Dehnwachen. Ich denke, dass die Drachenreiter Seele, der hatte eine helle Bade. Wenn ich mich nicht täusche, dass ich daraus eine bessere helle Bade bauen kann. Dann könnte ich die anderen benutzen, um noch ein bisschen zu leveln, um noch mehr Schaden zu machen. Aber jetzt benutze ich erst mal das alles. Ist mir jetzt wurscht. Ich kenne dich. So, große Titanitscherbe. Ach, fuck. Der verkauft ja nur kleine. Vor vielen Jahren verloren. Heute können Schmiede mit Lut nichts mehr anfangen. Wird? Ich auch nicht. So leid mir das auch tut, behaltet sie einfach als Andenken. Dein fucking Ernst? Okay. Na gut. Don't waste my time. Ha! Stärke gibt mir auch noch ein bisschen Leben dazu. Aber echt wenig. Da bin ich hier besser aufgehoben. So, ein bisschen mehr Leben und so. Mal gucken. Jetzt mache ich zwar nicht viel mehr Schaden, aber ein bisschen mehr Leben. Keine Ahnung, wo ich jetzt großes Titanit noch herkriegen sollte. Schade. Schade, 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 schade. 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 Da, warum darf ich da nicht ausweichen? Dann muss ich den Schwung nach links ausweichen, weil, ja. Ich habe gedrückt, hey. Dummes Spiel. Voll mies. Nein. Kommst du hoch? Ja, du kommst hoch und triffst mich und schmeißt mich runter und killst mich fast damit. Fuck, ich habe ihn gerade springen sehen hinten. Ich habe halt nicht den dicken Schaden jetzt machen können. Scheiße. Ach, Mann, ey. Die kamen da auch beide nach oben, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Ich habe das schon getestet. Wenn ich oben stehen bleibe, dann kamen sie plötzlich beide an. Fuck, jetzt habe ich auch keinen. Na gut, dann muss ich den Schaden in Kauf nehmen, den er mir macht, sobald ich von oben auf ihn runterspringe. Reicht dann nicht mehr aus. Das Ding gefressen und dann kam er hochgesprungen, weil ich mich auch noch heilen wollte und das sich heilen wollen, war einfach zu viel. So, und jetzt treffen sie mich hier an der Tür auch, weil sie mich da hinten schon getroffen haben. Nein? Okay, cool. Zumindest das. Mm-hmm. Okay. Okay. Schade Ich hatte gehofft, dass ich, wenn ich ihn dreimal treffe, vielleicht so viel Schaden machen kann, dass er einen Stagger kriegt Aber leider nein Leider nein Der Stagger kommt nur hier ganz am Ende Sauf Gefälligst Wie? Ernsthaft? Fucking hell Und dann, das ist auch so ein Ding Ach, jetzt war ich noch am Leben, naja Das ist auch so ein Ding Das geht eigentlich nicht Wenn ich da runterhüpfe und ihn von oben treffe, dann will ich den kritischen Schaden jedes Mal Ich weiß nicht, warum das dieses Mal nicht geklappt hat Ich sehe an ihm ja auch nicht, ob er jetzt da irgendwie ein Schild hochgehalten hätte, das den kritischen Schaden abgeblockt hätte Also, warum habe ich jetzt dort keinen Hardcore-kritischen Treffer bei ihm gemacht? Ich bin von oben auf ihn runtergefallen, wie 20 Mal davor schon auch Also sagen wir 10 Mal, okay Aber, ja, und schon wieder sind wir an dem Punkt, da fällt es mir halt auf, dann muss ich es loswerden Also, seht ihr das nicht? Nach dem ersten Teil, der halt so gut war Ist das doch absolut verständlich, dass dieses Spiel gehasst wird Es ist kein guter Dark Souls-Teil Ganz einfach Ah, mein Fehler Weil ich schon wieder gierig auf den Schaden war Hm Okay Habe ich jetzt gerade ein Damage gekriegt? Schon wieder so einen Random-Schaden Hier, warum? Fuck Okay Okay, ich habe schon wieder einen Schaden gekriegt Wo ich keinen hätte kriegen dürfen eigentlich Ja, und jetzt bin ich in so einem Sandwich drin So, wenn das jetzt nicht nach Dark Souls 1 gekommen wäre, als Dark Souls 2 Nee, dann würde ich sagen, okay Ein ganz passables Rollenspiel Aber nachdem man so einen ersten Teil abgeliefert hat Mit der solche Fehler auch einfach nicht hatte Es ist jetzt nicht das schlechteste Spiel so, ne? Boah, wie ich mich heute darüber Wie oft ich das heute gesagt habe Ich glaube, ich muss einfach tatsächlich Wir tun uns alle keinen Gefallen Ich tue meinen Kanälen keinen Gefallen damit Weil ich nur am Maulen bin Euch macht es keinen Spaß dabei zuzugucken Wie ich nur am Maulen bin Dann bleiben die Leute weg Keiner guckt mehr zu Dann haben wir alle nichts gewonnen Alter Was war das für ein Damage? Warum war das jetzt so ein krasser Schaden? Den hätte ich mal gerne jedes Mal, ey Mist Ich glaube, der war es, ne? Fuck Nein Die Gier nach dem Kill Oh, so knapp Jetzt Okay, ich glaube, ich verstehe Warum ich da oben Wenn ich von oben runter falle Manchmal so viel Schaden mache Und manchmal so wenig Das ist kein kritischer Treffer Sondern dieser Fallschaden Wenn ich von oben Von oben bis unten Durch ihn durch Meine Waffe ziehe Während dem Fallen Dann kriegt er Weiß nicht Vier, fünf, sechs Mal Diesen Trigger Dass ich den normalen Schaden Meiner Waffe mache Aber dafür halt Vier, fünf Mal Okay Gut, da wäre mir Ein konsistenter Kritischer Treffer Wesentlich lieber Der dann halt auch Als kritischer Treffer So wie man es kennt Wie es in Dark Souls 1 Einem beigebracht wird Von dem Boss Von oben So Dann auch Ein kritischer Treffer Dass der dargestellt wird Halt, ne? Mit einer kleinen Animation Eine kurze Szene In der man Invincible Frames Durch die anderen Bosse hat Und dafür aber Jedes Mal Den gleichen Schaden Okay Mist Die Gier Die Gier Beim ersten schon Beim Jahim Okay Letzter Versuch In der Folge Falls ihr überhaupt Noch dran geblieben seid Nach meinen Nach meiner siebten Beschwerde heute Über die Inkonsistenz Dieses Spiels Als DS2 Fan Wärst du jetzt verletzt Okay Da gibt's Gibt's da wirklich Fans Also Ich verstehe es halt nicht So Dark Souls Fans Ja aber Oh Scheiße Das ist ein bisschen Doof gelaufen gerade Hoppla Ich muss dich killen Komm runter da Nein Hallo Fuck So Einer weniger Und tot Naja auf nichts Stimmt auch nicht Man kann sich drauf Verlassen Dass man stirbt Da Warum wurde ich getroffen Hm Was auch seltsam ist, ist so der Schwierigkeitsgrad Ich war hier wahrscheinlich zu früh Wahrscheinlich hätte ich mehr Spaß daran gehabt Wenn ich erst in diesen Keller gekommen wäre Zu dem Segelschiff und dann hierher Dadurch, dass ich jetzt hier das alles schon gemacht habe Und direkt in den nächsten Boss renne Oder was heißt in den nächsten schon wieder in diesem Boss rennen Ist es natürlich ein bisschen Mies Gut, wir probieren es weiter Ah, das war Uh, okay Lucky Glück gehabt An der Stelle Scheiße, dass ich da nicht Ausweichen kann Ach ja Ja, ich muss jetzt wieder Ich muss jetzt wieder eine Menschlichkeit Fressen Gut, also Ich muss mir nochmal Ich muss vielleicht auch nochmal die Kommentare Einfach nochmal durchlesen Ich glaube, es wurde immer gesagt Das Spiel ist Hat Fehler Aber über die kann ich halt bei so einem schweren Spiel Dass das Skillniveau so hoch setzt Kann ich halt kein Kann ich mir solche Fehler eigentlich nicht erlauben Das ist saumies Das ist halt echt blöd für den Spieler Bin zu nah dran Das ist das Problem hier an der Stelle Ich stehe da zu nah Deswegen Kriegt er mich dort Ich habe es noch ein bisschen Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Fuck. Nein. Ach, come on. Wenn ich jetzt den guten Treffer von oben gekriegt hätte, wäre er hinüber gewesen, der Zweite. Willkommen ans Ziel. Willkommen ans Ziel. Ja, pass auf, hey. Das ist ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ohne diesen sich verschwindenden Lebensbalken wäre es halb so wild. Weil wenn dann das Spiel einen Fehler hat, bei dem ich durch den Spielfehler sterbe, dann ist es nicht so wild. Aber hier ist es halt noch schlimmer, weil du nach jedem Tod einen Teil deines Lebens einbüßt. Wenn das nicht wäre, dann würde ich sagen, ja, solide. Solides Spiel hat kleine Fehler, kann man trotzdem gut spielen. So würde ich sagen, ja, die Level sind ganz schick, das, die Bosse sind ganz cool, aber eigentlich brauchst du es, ist es echt eine Qual. Die Qual ist es nur, weil man das Leben verliert. nach dem Tod. Ach, fucking hell, da ne. Oh. Mies. Nee. Das war jetzt, dass da ein Hit von ihm, wo er mich zweimal treffen kann, kommt, das war schade. Ich wusste, dass der Zweite mich trifft, aber ich habe gegambelt. Ich habe einfach drauf gehofft, dass er nicht eine der Attacken macht, bei der er mich zweimal treffen kann. Mit einem Treffer habe ich gerechnet und den einen Treffer in Kauf genommen. Tja, das Glücksspiel hat an dieser Stelle gesagt, nope. Nein, fuck. Ach, kacke her, kann ich mich eigentlich... Ja, genau, und jetzt ist halt wieder das, ne? Was soll ich jetzt machen? Ich habe... Jetzt habe ich verkackt. Und verliere dann jetzt einen Teil meines Lebens. Gut, war mein Fehler. Absolut. Das war mein Fehler? Okay. Bestrafung muss sein, ich verliere einen Teil meines Lebens. Gut, passt. Das kannst du halt einmal spielen. Das... Und danach nie wieder. Auf Dark Souls 1 habe ich schon wieder Lust, ey. Da nochmal durchzugehen. Ich will unbedingt mal so ein... Keine Ahnung. Dass ich das schnell durchschaffe. Dann muss ich aber ziemlich... Lott die Bosse rushen, glaube ich. Der Schlimmste dürfte bei so einem Rush 4 Kings sein. Oh, oh. Das war gut. Gutes Pattern. Das ist auch so dumm. Das war gut. Fuck. Ah, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Jetzt ist dein Schild weg. Holt er das wieder? Kriegt er das wieder? Macht er diesen... Dicken erst, nachdem er das Schild weggeworfen hat? Puh. Leute. Nein. Huch. Zu gierig. Aber es hat trotzdem geklappt. Haha. Da war ich jetzt diesmal derjenige, der... glücklich in den... Ich... Ich, ich... Ich, ich... 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 Scheiße. Ach, fuck. mann 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 dieses fallen von oben das muss mehr schaden machen dass wenn das mehr schaden macht dann ist das ein easy kill der zweite und der dritte ist dann auch nur halb so wild also ich bin schon lange drüber über der stunde youtube folge die ich machen wollte aber tja so ist das wird eine längere folge weil viele versuche immer nur gleicher boss nichts spannendes zu sehen was er schneit das einfach zusammen was ist das denn jetzt was ist das denn jetzt oh oh du kriegst es nicht du kriegst es nicht du kannst nicht mehr genau solche dinge das kannst du nicht machen das kannst du nicht machen wenn du danach den spieler sein leben abziehst das kannst du nicht bringen diese inkonsistenz kannst du nicht bringen und danach dem spieler leben abziehen das geht nicht klar wie oft bin ich hier durch gerannt und nicht einmal standen da oben orcs vor mir ja genau das war dumm von mir ach scheiße ja das stand da wieder so dass ich nicht ausweichen konnte ich habe ja auch links das tor geöffnet eigentlich trotzdem finde ich den weg sicherer als einfach links rum zu rennen also ich könnte hier auch da vorne links ja 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 lauf verdammte Axt null Damage aber ich krieg dicken Fallschaden ja komm warum ach ja dann machst du mal von oben ziehst du ihm zwei Drittel Leben ab beim nächsten Mal nur noch ein Hit dann wieder die Hälfte dann wieder nur ein Hit dann wieder nur die Hälfte dann wieder die Hälfte dann mal so viel dann mal so viel vor allem wenn du ja einmal gesehen hast wie viel Schaden du ihm machen könntest beim runterfallen dann will man das ja auch irgendwie reproduzieren aber es geht nicht es ist gefühlt einfach random soll ich mal probieren hier gleich links rum zu laufen ne da kommen ja gleich vier Orks auf mich zu das ist Quatsch ich habe so hart über dieses Spiel heute geraged das würde mich nicht wundern wenn da ein paar Abos flöten gehen Leute es tut mir leid aber da musste das Spiel leiden und die Leute die es verteidigen Entschuldigung tut mir leid da hat ein bisschen Hunger aus mir gesprochen und ziemlich viel Salz das hier immer wieder in die Wunden gestreut wurde von diesem Spiel weil es tja nicht so geil ist wie der erste Teil und das mich traurig stimmt es macht mich traurig dass das Spiel nicht so cool ist wie der erste Teil ey Korn dass du mich da hitten konntest das ist ein bisschen Mistig Nein ich habe doch Ausweichen gedrückt du Sau Bazzi rollt einfach nicht er rollt einfach nicht obwohl man drückt weil er irgendwo noch drin hing ich weiß nicht wo weil man es nicht sehen kann man kann nicht sehen ob ich kann ich jetzt rollen oder nicht weil ich gerade runtergefallen war dann habe ich ihn gehauen dann war irgendeine Animation und irgendwas war noch nicht zu Ende glaube ich irgendeine keine Ahnung vielleicht vielleicht der halbe Meter den ich nach vorne noch beim Laufen oder so keine Ahnung vielleicht habe ich auch die die Richtungstaste nicht mehr in die Richtung gedrückt nicht erkennbar was ist das denn jetzt steht der Ork plötzlich wieder hinter mir wenigstens war ich so weit in der Türanimation schon drin dass es nichts gemacht hat jetzt stehen die zwei oben gleich wieder da warum war das ein Treffer warum hat er mich getroffen na komm ja ich drück und es passiert nix wow scheiße zwei Flakons am ersten schon verbraucht das ist das ist schon ein Lose mit großer Wahrscheinlichkeit blablabla 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder auch die YouTube-Kommentare, die sind immer cool Aber ich meine im Spiel Geht jetzt schon ein Weilchen Dieser Run in diesen Boss Kommen wir noch ein Meter ran Ja, danke Ach, warum triffst du mich da? Ja, selber nicht runterfallen, bitte So, Kollege Schnürschuh Kein einzigen Das war, ich hab keinen Treffer gemacht Oh Gott, es ist mein Tod Es ist mein Tod Erneut Ich fall runter Hab ihn anvisiert Drück im Fallen schlagen Und ich fall an ihm vorbei Meine Waffe durchfährt ihn Von oben bis unten Null Damage Ich bin fünfmal schon so an ihm vorbeigelaufen Und hab keinen Schaden bekommen Beim sechsten Mal kriegst du Schaden dadurch Okay Okay Jetzt hab ich nicht so viel Schaden gemacht Wie ich gern gemacht hätte Scheiße, ich kann ja ausdauer So Dich muss ich im Ziel behalten Nein Den anderen bitte So Einer noch Wir bleiben nah an ihm dran Fuck Endlich Aus irgendeinem Grund Hat mein Handy gesagt Ich will nicht mehr Entschuldigung Ich wollte niemanden beleidigen Der dieses Spiel mag Nix gegen euch Aber ich hab was gegen Dark Souls 2 Und ich hab's Oft genug gesagt, glaub ich Ich werd's trotzdem fertig spielen So Jetzt hör ich da oben Predator Ich brauch eigentlich ein Leuchtfeuer Möglichst bald Naja, guck mal So wie ich's mir gedacht hab Dieser Balkon hier Boah, kann ich da rüber hüpfen? Ja, wahrscheinlich Muss ich ja können Ja, geht Ja, geht Sehr gut Heimatknochen Ich glaube das Spiel möchte mir sagen Benutz den lieber mal Guck mal, da vorne ist ein Da vorne ist ein Ork Oder sowas Du kannst hier aber nicht zu mir kommen, ne? Ich geh, ich nehm jetzt den Heimatknochen Ja Ich hab nämlich das Gefühl Hier gibt's nix mehr Ah doch Oh Hab ich mich erschrocken Mein Gott Oh Okay So Moment Wir sind am Ende angekommen Ähm Danke fürs Einschalten, Leute Vielen Dank Schön, dass ihr da wart Ich hoffe Ich hab euch nicht vergrault Jetzt durch meine ganze Durch meine ganze Rager-Rei Wie gesagt Nix gegen euch, ey Aber Seht mich an Wie fertig ich aussehe Schrecklich Ich zieh's trotzdem durch Ich werd's durchziehen Bis zum nächsten Mal Tschüss